Ja, herzlich willkommen zu Awesome Foxes. Ich bin euer Rhino und ich präsentiere euch die nächste Mission von Star Wars Battlefront 2. Genießt einfach mal die Show und man hört sich. Ähm. Feet hat ein Verteidigungssystem. Irgendwas, um das Imperium aufzuhalten. Aber der Sturm hat Energie-Relais in der Stadt beschädigt. Bis sie repariert sind, können wir gar nichts aktivieren. Wir teilen uns auf, reparieren die Relais und danach treffen wir uns am Palast. Klar. Ja. Verstanden. Was aktivieren wir denn? Etwas, das das Imperium aufhält. Wie heißen Sie, Soldat? Delmico. Delm. Imperiale Verstärkung sammelt sich in diesem Sektor. Wir können sie stoppen, aber Sie müssen diese Relais reaktivieren. Jetzt darf ich hier als... Als Leia Organa wohl spielen. Jawohl, das ist jetzt. Sollt gedacht. Ihr Heizlicht, doch vom Meister. Hier wird. Bei mir ist es sicher. Boah, Mann, was hat die denn für eine doofe Waffe, ey. Das verschafft uns Zeit. Dann kriegen Sie das Relais hin. Ich war früher mal Ingenieur auf. Wo ist kein Schiff? An die Arbeit. Wir decken Sie. Ja, Ma'am. Truppenschild. Dann machen wir das mal. Schild! Schattet Sie im Anflug. Imperiale Truppen kommen. Wir haben ein Relais zum Laufen gebracht. Also ich war's. Viel Hauptsturmtruppen zerlegt. Gehen zum zweiten Relais. Wir bleiben in Kontakt. Das Gebiet sich an! Der Sturm hat die Stolzpreise gegriffen. Ah, ich krieg das hin. Versperrt. Ich werde es nicht gleich sitzen. Warte, das ist. Das dauert nicht mehr lange. Geil. Das Relais beschützt. Du bist so weit. 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 Komm schon. Dann kommt noch mehr. Schützt her. Auf der Deckung. 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 Schild, da! Ja, das war's. Jetzt funktioniert's wieder. Ja. Und jetzt? ich dachte es geht hier gar nicht mehr weiter ja vielleicht können wir was ausrichten mit unserer waffe die entdeckung das hat gesessen transporter kommt das imperium lässt nicht nach ein weiteres weil wir jetzt so gut wie aktiviert ich glaube freut mich denn es ist einer ja ja Ah, hier ist Marjon Rambo noch. Ein Scout-Läufer hat uns reingecasht. Kommen nicht zu Ihrer Position zurück. Beschäftigen Sie sie und bleiben Sie am Leben. Nach dem Ionenimpuls sind Sie sicher. Verstanden, Prinzessin. Ah, okay, jetzt wird die Sache lang. Komm schon! Das ist das Lade. Oh, das ist ein Schiff. Komm, das ist ein Schiff! Komm schon! Los, los, los! 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 Brauchen Feuer! Ja los, hierbei! Schön. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich die Blinkgranate richtig kacke oder was das so sein soll. Oder allgemein, ich finde den Held jetzt nicht so toll. Über alle blöhnen, wenn sie zu spüren, letztes ausscheiden. Nimm das nicht unterfassen! Nicht wenn wir im Palast sind. Imperiale Truppen unterwegs zum Palast, halten sie möglichst lange die Stellung! Ja, bed. E emotionally und abgeschraubt, niemand will so gut gehen! Ich will nicht gehen! Ja, ich wurde getrunken. Ja, ich wurde getrunken. Ja, ich wurde getrunken. Ja, ich wurde getrunken. Alle zurückfallen. Ja, wie läuft es da drin? In Arbeit. Die Sicherheitsprotokolle sind überraschend komplex und veraltet. Wir geben Ihnen Zeit. Wird aber nicht viel sein. Keine Sorge, Prinzessin. Es wird reichen. Oh Mann ey. Oh Mann. 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 Wie heißt das? Du, 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 du. Wie heißt das? Warum, du, 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 du... Ich bin bereit. Vorrei. Wir haben zu viele Truppler an unserer Position. Der Kampfläufer ist zu viel. Reisen die Detonationssequenz ein. Reisen den Palast. Wir haben zu viele Truppen an unserer Position. Oh, yo, yo, eh. Sieht aus, als hätten wir gewonnen. Oh, hallo, Horat. Gute Arbeit war das. Aber das erwarte ich auch vom Inferno-Trupp. General Kailrissian hat's euch also gesagt. Sie haben dieser Allianz eine Menge Schaden zugefügt. Ja, das stimmt, Mem. Und das ist unentschuldbar. Ich hab gesehen, was sie tun. Sie sind nicht einfach nur auf der Flucht vor dem Imperium. Die Sache bedeutet ihnen etwas. Stimmt. Wir kämpfen schon unser ganzes Leben. Wir haben zu spät erkannt, dass wir die ganze Zeit für die falsche Seite gekämpft haben. Der Krieg ist längst nicht vorbei. Wir möchten euch helfen, wenn wir dürfen. Wegen Leuten wie Ihnen besteht weiter Hoffnung für uns. Und wegen der Hoffnung werden wir auch sieben. Willkommen in der Neuen Republik. Danke, Mem. Senatorin Organa ist noch eine Weile her. So eine Republik ist äußerst aufwendig. Die Jagd auf eine imperiale Flotte auch. Es wird noch aufwendiger, Commander. Ich habe eine Bitte. Einer unserer Generäle ist verschwunden. Die Spur führt nach Takodana, aber er meldet sich nicht mehr. Suchen Sie bitte noch Han Solo. Die Spur, die sind nicht mehr. Hey, Mas, gib mir noch ein paar Kulern-Slings. Nein, erst wenn du den letzten Drink bezahlst. Komm schon, du weißt, du kriegst dein Geld. Von dir kriegt man in aller Regel gar nichts. Wo ist mein Wookie? Chewie arbeitet am Falken. Auf Jomag hat's den Langstrecken-Kommunikator erwischt. Solo, du bringst ihn überhaupt nicht mehr mit. Du machst ihn eben nervös. Er zwei, habt doch irgendwas vor. Spuck es schon aus. Du weißt doch, alle Geschäfte laufen über mich. Ich treffe einen imperialen Verräter. Er sagt, er kann helfen, die Wookis auf Kashik zu befreien. Kennst du ihn vielleicht? Ich schwöre, wenn du mir hier das Imperium in mein Schloss schleppst... Du weißt genau, ich hinterlasse keine Spuren. Komm schon, hilf mir doch. Hilf Chewie. Ich kenne diesen Mann nicht, aber es ist spät. Und meine Gäste hier werden immer gesprächiger. Danke, Maas. Ich schulde dir was. Du schuldest mir mehr als das, Han Solo. Und vergiss es ja nicht. Ja, hier werde ich jetzt Schluss machen. Ich habe mich gefreut, dass ihr zugeschafft habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach ein Like da. Wir haben mehrere Projekte am Laufen. Ihr findet uns also auf YouTube, auf Twitch und sonstigen Plattformen. Ich weiß gar nicht, wo wir beide drauf sind. Ja, verfolgt uns dann weiter hin, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Euer Rhino. Ciao, ciao.